Musik Hatten wir nicht etwas ausgemacht? Nicht anschleichen. Ich dachte, wir beide haben ein Date. Sie müssen zurück in die Schweiz. Sie vergraben, jeden Stein umdrehen uns. Da. Ja, vielleicht könnte ich da doch noch was finden, was Rosa Lehmanns Verwicklung in Wagners Unfall beweist. Ich will, dass Sie sofort nach Basel fahren. Nein. Bitte. Ich brauche Sicherheiten. Ich will einen Vertrag. Unsere Abmachung schwarz auf weiß. 50 Prozent des Lehmann-Imperiums. Dafür sollten Sie erst mal Beweise beschaffen. Wenn ihr mehr schöne Videos sehen wollt oder spannende Videos oder traurige Videos oder auch Videos mit mir, vielleicht komme ich auch mal vor, dann abonniert diesen Kanal. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann hier klicken. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, klickt da. So, also wir zählen auf euch und bis später. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020